Und was noch prekärer ist, was uns auch anreizt, dieses Video heute zu drehen, ist, dass es im Deutschsprachigen keine schlüssige Anleitung und Erklärung dieses Themas gibt. Und falls Sie dieses Thema etwas mehr interessieren sollte, dann schicken Sie bitte ein E-Mail an fh, das steht für Florian Holm, at, und jetzt kommt ein Wort, die zweite Meinung, punkt eu. Also nochmal, fh, at, die zweite Meinung, punkt eu, und sagen Sie mir, dass Sie dieses Thema interessiert. Dann werden wir in den nächsten Monaten dazu ein Electronic Paper veröffentlichen. Wir wissen noch nicht, wie lang es ist, aber es wird sehr praktisch sein, es wird sehr einleuchtend sein, und wir werden es versuchen, so einfach und klar wie möglich zu erklären, dass Sie sich weiterbilden.